Die Challenge ist zu Ende und doch bin ich gerade wieder live, weil der ein oder andere hat es ja mitbekommen, dass ich am 18.04. meinen Podcast launche, den Podplausch. Und in diesem Live-Video möchte ich zeigen, welchen Sound ich mir wo gekauft habe. In einem Video letzte Woche hatte ich ja bereits mit euch zusammen, also für die, die zugeschaut haben, meinen Podcast Cover designed und heute möchte ich zeigen, wo ich meinen Podcast Sound kaufe. Erstmal vorab, nicht jeder Podcast braucht einen Sound oder eine Titelmusik. Der Vorteil ist, wenn du Musik in deinen Podcast einbaust, dass Musik Emotionen weckt. Musik hat Einfluss auf unsere Stimmung und auf unseren Körper. Es ist natürlich logisch, wenn du einen Podcast hast, der, sagen wir jetzt mal, sich um das Thema Meditation beschäftigt, dass du ein Musikstück wählst, was schon so ein bisschen auf deinen Meditationspodcast einstimmt. Wenn du jetzt eher mit deinem Podcast vermitteln möchtest, dass du, sagen wir jetzt mal, was Happy-mäßiges, also was Freudiges, was Entwicklungsmäßiges rüberbringen willst, dann ist natürlich auch wieder die Komponente, dass du dir ein Musikstück suchst, was dieses Freudige und dieses Glückliche ausdrückt. Erstmal, hallo Sela, vielen Dank, schön, dass du mit dabei bist. Der Podcast Sound kann natürlich auch mal ein außergewöhnliches Beispiel rein theoretisch. Du machst einen Podcast über Blumen. Dann kannst du natürlich aus Brandinggründen das so machen, dass deine Podcastmusik für einen Blumenpodcast auch sehr außergewöhnlich ist. Zum Beispiel machst du Heavy-Metal-Musik. Was ist das für ein geiles Branding, wenn du einen Blumenladen hast als Heavy-Metal-Fan und du machst einen Podcast über Blumen und nimmst als Titelmusik Heavy-Metal-Musik. Also es ist doch ein mega Branding, oder? Und so ist das bei dem Soundbranding. Ich werde heute mal zeigen mit Bildschirmübertragung, wo ich meinen Sound gekauft habe. Es gibt viele verschiedenste Plattformen. Ganz wichtig vorab möchte ich sagen, bitte achtet auf die Lizenzen. Da wäre ich echt nicht müde, das immer wieder zu sagen. Nehmt, wenn ihr mal beim Podcast schneiden oder vielleicht auch beim Videos bearbeiten und ihr nehmt mal so einen kostenlosen Effekt, so einen Boom oder so ein Klick-Klick oder was auch immer, da wird, denke ich, nicht jemand auf euch zukommen und wird sagen, oh, das Klick-Klick, da habe ich aber die Lizenz drauf. Doch wenn es sich um ein komplettes Lied handelt, bitte klaut das nicht, klärt das einmal ab. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Lady Gaga oder was auch immer wollt, müsstet ihr das mit der GEMA abklären und so weiter und so fort. Und auch nicht aus der YouTube-Bibliothek nehmen, kann man sich auch was runterladen, sondern geht auf Plattformen, kauft euch eine vernünftige Lizenz, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber sowas macht man nicht. Du willst vernünftig ein Business aufbauen, du willst vernünftig einen Podcast machen und dann sparst du dir 50 Euro, weil du dir keine Lizenz kaufen willst. Also das ist ja man nicht böse. Ja, genau. Und Plattformen gehe ich erstmal ganz kurz durch. Gibt es Audio-Jungle, kann ich empfehlen. Preise ab 5 Dollar, kann man mit Payball bezahlen oder Kreditkarte, hat ja heutzutage jeder. Dann gibt es noch Premium Beat, da habe ich meinen Sound gekauft, kann ich auch zeigen. Dann gibt es noch Audio Hub, kann man auch kaufen, kostet auch ab 5 Dollar ungefähr, kann man auch zahlen mit Kreditkarte und mit Payball. Ich möchte jetzt erstmal meinen Bildschirm übertragen. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt hier funktioniert. Kleinen Moment bitte. So. Ich denke, das sieht man. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Mir möge mal jemand Rückmeldung geben, bei Gelegenheit. Ob das mit der Bildschirmübertragung klappt? Ja, das klappt. Ich sehe es gerade. Wunderbar. Oder? Seht ihr einen schwarzen Bildschirm? Ne. Es sehen alle. Danke, Sela, erstmal für deine Rückmeldung. Ich blende das mal ganz kurz erstmal ein. Es gibt Heavy-Metal-Abmahn-Anwälte. Das, ja. Genau. Dann auch eine interessante Frage. Epic-Sounds, ja genau. Auf Epic-Sounds kann man auch, kann man auch. Das sind ja, glaube ich, da, wo man diese kleinen Klick-Effekte und mal so ein Boom oder was auch immer runterladen kann. Und bei Artlist.io, da habe ich selber noch nicht gekauft. Ich sage immer Plattformen, wo ich auch selber gekauft habe, weil da kann ich auch Erfahrungen teilen. Zu anderen kann ich immer nicht so viel sagen und da möchte ich dann halt auch keine Scheiße erzählen. Da möchte ich dann natürlich auch nicht euch irgendwie Mist erzählen oder so. Genau. Aber vielen Dank da nochmal für die... Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Juri oder so. Okay. Danke. Nochmal. Kann man natürlich auch kaufen. Auf jeden Fall. Also erstmal dazu. Jetzt sieht das ja hier so aus, als wenn man unbedingt dieses 12,99 Euro Abo machen muss. Aber so ist es bei Premium Beat nicht. Man geht entweder, man sucht hier im Suchbereich oder man geht dann hier auf Musik und sucht sich dann den entsprechenden Sound aus, was super schön ist. Also macht euch erstmal, wenn ihr einen Podcast habt, macht euch Gedanken, was wollt ihr vermitteln. Also was willst du rüberbringen? Willst du Spaß rüberbringen? Willst du Freude rüberbringen? Soll es vielleicht ein bisschen traurig sein? Oder ein bisschen gruselig oder auch so ein bisschen mystisch, wenn man so ein Meditations- oder so ein Meditations-Podcast hat oder vielleicht auch so einen spirituellen Podcast oder so was mega gruseliges, wo man so Geschichten über so True Crime erzählt. Dann ist es ja schon cool, wenn das so ein bisschen schon so einleitet. So wie, oh mein Gott, gleich kommt einer um die Ecke und sticht mich ab. Weil somit stimmt man ja die Leute dann auch schon darauf ein. Wie gesagt, Musik hat unglaublich viele Auswirkungen, aber ich schweife ab. Wenn man auf Premium Beat hier oben auf Musik geht, kann man Stimmungen auswählen und da gibt es natürlich unglaublich viele Stimmungen hier. Dunkel, düster, Gefühl voll leicht und so weiter und so fort. Also geht das gerne mal durch, schaut euch das gerne mal an. Bei Genre kann man auch schauen, auf was man so steht. Mal gucken, ob es hier auch Heavy Metal gibt. Gibt es hier Heavy Metal? Nee, hier gibt es kein Heavy Metal, aber hier gibt es Hip-Hop. Müsstet ihr mal vielleicht einfach mal schauen. Ich persönlich kann euch mal meinen Sound zeigen, weil das habe ich nämlich heute eigentlich geplant. Ich habe ihn vorhin schon gekauft gehabt. Und zwar habe ich den zufällig gefunden, als ich für eine Kundin den Sound gesucht habe. Ich erkläre, ja ich erkläre es jetzt. Und zwar, ich suche den Sound für die Kunden aus, aus folgenden Gründen. Man kann sich verlieren. Und ich meine damit, man verliert sich nicht mal 10 Minuten und ach komm. Mal 5 Minuten länger einen Sound gesucht. Nee. Glaubt mir, es ist wirklich so. Du bist auf Premium Beat, dann denkst du dir, oh, die 10 Songs, die sind geil, die lege ich mir mal. Ich kopiere mir oben, hier oben aus der Tab-Leiste, kopiere ich mir den Link raus und lege den beiseite. Und dann hast du 10 Sounds. Aber die Franziska hat ja gesagt, du kannst ja auch noch auf Audio Hub gucken. Ja, und dann hat sie ja auch noch gesagt, du kannst ja auch noch auf Audio Jungle gucken. Und dann zapp, 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 hast du auf einmal 30 Titel. Und dann stehst du da, hast 30 Titel und findest alle geil. Oder du kannst dich an den ersten schon gar nicht mehr erinnern. Deswegen, großer Tipp vorab. Macht euch wirklich Gedanken, welche Stimmung willst du im Podcast vermitteln. Wenn du das nicht weißt, guck dir hier die Stimmungen an. Ist eigentlich auch wirklich ganz einfach. Dann schaust du, welches Genre. Kannst dir auch überlegen, kannst auch nach Genres suchen. Und wenn du halt auf Hip-Hop stehst und vielleicht auch sogar zu deinem Podcast passt. Ja, why not. Genau, warum ich das bei meiner Kundin gemacht habe. Genau aus der Herausforderung. Sie hat 3 Stunden geguckt. Hat nichts gefunden. Ich habe sie gefragt, was willst du vermitteln, was willst du aussuchen. Und so weiter und so fort. Und somit habe ich dann für sie 10 Sounds rausgesucht. Kann ich euch mitgeben. Sucht euch 10 raus. Legt es 2 Stunden beiseite. Hört euch alle 10 nochmal an. Und dann sortiert ihr aus. Dann noch ein. Jetzt zeige ich natürlich dann aber auch nochmal die Musik, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar suche ich gerade hier Orange. Und den Sound, ich hoffe jetzt, ihr hört es vielleicht. Also gebt mir da gerne mal Rückmeldung. Ich mache den jetzt mal an und dann hört ihr mal meinen Sound. Ach so, das lässt mein Herz. Das Lied habe ich gehört und habe genau gewusst. Das wird mein Podcast-Sound. Das klingt für mich, könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar schreiben. Das klingt für mich so nach Leben und nach Freude und nach, du willst loslegen, du willst nach vorne gehen. Und das möchte ich mit meinem Podplausch auch vermitteln. Ich zeige euch das jetzt mal kurz, wenn man sich jetzt was ausgesucht hat, wie es dann weitergeht. Also suchst ihr den Sound aus. Du kannst den natürlich jetzt schon mal herunterladen. Hast aber ein Soundbranding. Ich habe das schon öfters erlebt, dass Leute tatsächlich bei YouTube-Videos sich einfach das runtergeladen haben und haben das hinter ihr YouTube-Video gelegt. Und dann hast du gehört, Audio-Jungle, Premium-Beat, ganz gefährliche Sache. Nehmt die 49 Dollar bitte in die Hand und kauft euch dieses Musikstück. Also ihr habt es gehört. Mir gefällt es. Möchte ich jetzt kaufen. Gehe ich auf Lizenz kaufen. Und dann sieht man das hier schon. Man kann auch genau hier oben die Lizenzen nachlesen. Monatsmitgliedschaft brauchen wir alle nicht. Also mir fällt auch gar kein Grund ein, warum man das machen sollte, um ehrlich zu sein. Und dann gibt es hier noch die Standardversion. Die Standardlizenz 99. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir erst ungefähr in einem Jahr dann ein Video oder einen Kinofilm über mich drehen. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal die 49 Dollar Lizenz zugelegt. Die ist auch für Podcasts ausgelegt. Da könnt ihr das dann auch auf eurer Website machen. Und ihr könnt das auch hinter euer YouTube-Video machen. Dann fügt er das dem Warenkorb hinzu. Dann geht er zum Warenkorb. Dann stehen ja hier zum Beispiel meine ganzen Daten hier drin, weil ich ja schon angemeldet war. Ich habe es jetzt halt schon auch gekauft. Dann kannst du den Projektnamen eingeben. Es steht dann halt auf der Rechnung. Das ist eine ganz nette Sache. Kaufst du, gehst aufs Bezahlen. Umrechnungsfaktor ist heute eins zu keine Ahnung. Hier sind 49 Dollar, kostet 43 Euro und zwei Cent. Dann kriegst du ein Bild angezeigt, wo steht, dass du dir das runterladen kannst. Und dann hast du deinen Sound und dann ist alles tutti. Also wirklich mega, mega einfach. Wenn ein Interesse besteht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, kann ich euch auch mal Audio-Jungle zeigen oder auch Audio-Hub. Ansonsten möchte ich jetzt nochmal ganz kurz einfach an dieser Stelle mitgeben. Beim Musikkauf, guckt euch die Lizenzen an. Wenn es mal um so ein Bumm und ein Knall geht, das Audiostück kann zum Beispiel auch am Anfang an eine Audiospur rangeschnippelt werden. Und dann auch am Ende. Und zwischendrin könnt ihr ja auch verschiedene Drops einbauen. Das heißt in der Fachsprache Drops. Also verschiedene Audioschnipsel, die halt nice klingen. Ein Boom oder man kann auch so einen kleinen Snippet einfügen, wo dann was gesprochen wird. Wie jetzt kommt die Zusammenfassung und dann kommt ein Boom und dann sprichst du die Zusammenfassung. Das ist alles super cool und das kann auch alles total schön sein. Ihr müsst euch nur darüber Gedanken machen. Das Schneiden, das ist echt geschnipselgeschneide. Mir geht es jetzt von der Hand, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jetzt euch das vielleicht nicht so leicht von der Hand geht, weil ihr das jetzt nicht ihren Tag macht. Und das ist eigentlich das Einfachste. Es ist halt das Einzige. Es ist halt schnipsel, geschnipsel. Ansonsten seid ihr da frei. Denkt auch da ein bisschen weiter. Also macht euch da ein bisschen frei. Erfindet euch neu. Es gibt beim Podcast keine Podcast-Polizei. Es gibt da niemanden, der sagt, oh nein, diesen Drop, den darf man da aber nicht einfügen. Macht euer Format. Ihr könnt doch gerne mal, wer es auch schön macht, ist die Paula Lotte Thorm. Da möchte ich gerne mal die Folge mit mir empfehlen. Da hat sie den Pottplausch, den wir gemeinsam hatten, aufgearbeitet. Und sie macht am Anfang zum Beispiel, macht sie so einen kleinen Audioschnipsel, wo sie aus den neuesten Neuigkeiten berichtet. Und dann am Ende kam dann unsere Episode. Also das kann man echt super schön gestalten. Und das war es eigentlich schon zum Thema Sound gewesen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Schaut, welche Emotionen ihr ausdrücken wollt. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr ausdrücken wollt, dann geht auf Premium Beat, Audio Jungle, Audio Hub. Schaut euch die Genres und schaut euch die Stimmungen an, was euch anspricht, was ihr vermitteln möchtet, wie ihr den Hörer darauf vorbereiten möchtet auf eure Episode. Kauft euch Lizenzen. Wie gesagt, mal ein Boom oder ein Klatschen oder was auch immer. Kann man alles mal irgendwo kostenfrei runterladen, aber alles andere. Nehmt die paar Euros in die Hand und kauft es. Und ansonsten denkt immer dran, es gibt keine Podcast-Polizei. Seid frei, probiert aus, macht euer Format. Und ihr seid immer wieder frei, das zu ändern. Es gibt keine Regeln. Und das war es zu dem Thema Sound schon gewesen. Ich bin mir sicher, ich konnte euch ein paar Sachen mitgeben. Vielleicht habt ihr das noch nicht gewusst. Falls Fragen sein sollten, meldet euch gerne bei mir. Ich bin immer ganz frei. Ansonsten möchte ich ganz kurz morgen nochmal auf den Pottplausch, äh, übermorgen am Mittwoch auf den Pottplausch hinweisen mit dem Heiko Rössl, der Positionierungsexperte. Ich schneide, äh, die Sela hat gerade noch eine Frage gestellt und zwar, ich schneide mit Audacity und hab mir aber gerade auch Reaper runtergeladen. Dann muss ich mich noch ein bisschen mehr einarbeiten, aber ansonsten schneide ich mit Audacity, genau. Schreib mir auch gern, äh, wenn das okay ist, schreib mir auch gern nochmal an den Chat. Oder wenn auch sonstige Fragen sind, ich beantworte auch gern alle anderen Fragen, das ist überhaupt kein Thema. Ja, also vom Schneiden her muss ich vom Programm sagen, also gibt es jetzt keine großen, sagen wir jetzt mal, Unterschiede. WePower kenne ich nicht. Das sagt mir gar nichts. Das müsste ich selber mal googeln. Also ich glaube, so die üblichen sind, also die üblichen, ne, so in der, in meiner Podcast-Produzenten-Bubble, wo ich mich rumtreibe, ist Reaper Hindenburg. Hindenburg, Hindenburg, Audacity, manche nehmen auch Adobe Audition und sagen manche Leute, ja, das ist, Adobe ist so, uh, du hast Adobe. Und die anderen sagen halt, Adobe ist okay, ich hab's jetzt noch nicht ausprobiert. WePower kenne ich aber noch nicht. Genau. Wenn es nur ums Schneiden geht, dann könnt ihr auch mit allen Programmen nichts falsch machen. Also meistens geht es dann bei den anderen Programmen um Audiobearbeitung. Dann reden wir hier von genaueren Einstellungen wie Normalisieren. Das kann auch jedes Programm, aber jetzt so Rauschverminderung oder Höhen- und Tiefenregeln oder vielleicht auch so Hintergrundgeräusche rausfiltern und so weiter und so fort. Also da gibt's dann Vorlieben einfach und da geht's dann schon ins Tiefe rein, wo man sich Gedanken drüber machen sollte. Aber wenn's rein ums Schneiden geht, dann ist es an sich egal, welches Programm du nimmst. Du kannst halt auch mit einer Linkshändlerschere, Händler besonders, mit einer Linkshändlerschere kannst du auch schneiden, selbst wenn du Rechtshänder bist. Also so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Genau. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, erstmal vielen, vielen Dank, Siela, für deine Fragen. Auch der Juri, ja gut, ich wollte erst Juri sagen, aber der Juri, vielen Dank auch nochmal, dass ihr Fragen gestellt habt. Ansonsten, wie gesagt, führt euch frei, euch zu melden. Und dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Wir sehen uns online. Ich freue mich. Tue ich wirklich. Bis dann, tschüss.